Die App Sparkasse ist die Lösung für Banking auf Ihrem Smartphone. Rechnungen können Sie ab sofort noch schneller und einfacher bezahlen. Mit der Fotoüberweisung. Und so funktioniert's. Wählen Sie im Startmenü den Punkt Überweisung aus. Und anschließend die Funktion Foto. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal nutzen, erscheint ein Hinweis zum Datenschutz. Zur weiteren Nutzung müssen Sie zustimmen. Im Anschluss erscheint bei der Erstnutzung eine Kurzanleitung. Legen Sie die zu bezahlende Rechnung flach hin und halten Sie die Kamera gerade über das Dokument. Die App zeigt Ihnen im Bildschirm einen roten Rahmen an, innerhalb dessen sich der Fotoausschnitt befinden sollte. Drücken Sie auf den Kameraauslöser Ihres Smartphones. Die Daten der Rechnung werden eingelesen und alle erfassten Daten zur Überprüfung angezeigt. Sollte die App Daten nicht korrekt erfasst haben, können Sie diese manuell editieren. Sie erhalten nun eine TAN über das vorab ausgewählte TAN-Verfahren. Push-TAN oder Chip-TAN. Fertig! Nutzen Sie ab sofort die Fotoüberweisung für bequemes Banking jederzeit und überall. Ohne das Eintippen von Adressdaten oder langen IBAN-Nummern. Fotoüberweisung mit der App Sparkasse. Einfach herunterladen und ausprobieren.